Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Signalverarbeitung. Heute geht es um Up- und Downsampling und damit um Methoden des Anti-Aliasings. Ja, man meint es kaum, aber das ist tatsächlich eine Variante gegen Anti-Aliasing vorzugehen. So, zunächst einmal, was passiert oder was ist eigentlich Up- und Downsampling? Nehmen wir mal diese wunderschöne Kurve hier. Wir sehen hier, dass das eigentlich nicht nur eine Welle ist, sondern zwei. Das heißt, wir sehen hier einmal, lasst mich das ganz kurz wieder mal mit meinem wunderschönen Laserpointer machen. Hier sehen wir einmal, das ist eine Sinuskurve. Einfach nur das Ding hier. Das nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben an. Das geht hier noch weiter. Also so und dann geht es einfach eins zu eins weiter. Okay? Und innerhalb dieser Kurve haben wir hier nochmal so eine Sinuskurve. So zack, 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 zack. Und die ist einfach nur von unten nach oben, von unten nach oben, aber immer eben ausgehend davon, wo die andere Kurve sich gerade befindet. Und das eigentlich ist zusammengefasst in dieser wunderschönen Funktion hier. So, jetzt habe ich euch das anschaulich gezeigt, aber was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Nun ja, im Endeffekt sehen wir hier eine Sinuskurve mit einer Amplitude von 10 und einer, ähm, Entschuldigung, nicht Amplitude, Periode von 10 ungefähr, ja. Das sehen wir quasi hier ran. Und dann haben wir hier noch eine mit einer geringeren Amplitude, also 0,5 mal Sinus verschiebt ja, oder staucht ja die Amplitude quasi ein bisschen zusammen. Und dann sehen wir hier, dass auch die Periode nochmal deutlich, ähm, naja, höher ist. Und die beiden Kurven zusammen ergeben diese wunderschöne Kurve hier. Anschaulich kann man sich darunter vorstellen, wenn zwei Frequenzen überlagern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Ton von mir gebe, zum Beispiel, boah, ja. Und dann kommt noch jemand und macht halt ein boah. So, und wenn ich die beiden quasi überlagere, das werden wir auch noch tun, keine Sorge. Aber wenn ich die beiden überlagere, dann passiert ungefähr sowas, okay. Und das zeige ich euch dann in Audacity nochmal ein bisschen später. Jetzt wollen wir allerdings ganz kurz uns mit Up- und Down-Sampling beschäftigen. Up- und Down-Sampling meint, wenn ich jetzt das Ding hier habe, also nehmen wir jetzt einfach mal an, ich habe diese Samples hier, diese Punkte hier, was passiert, also diese grauen Punkte hier einer, hier einer, hier einer, hier einer, immer quasi am Ende von der kleineren, ähm, oder von der schnelleren Funktion im Endeffekt, oder von der schnelleren Kurve. Immer oben und unten habe ich jeweils einmal gesampelt, so dass ich quasi genau auf die höchste Frequenz, also auf dieses F-Max, draufgekommen bin. Also genau doppelt so oft, weil ich ja im Endeffekt oben, Mitte und unten gesampelt habe. Mitte, oben, Mitte, unten und so weiter und so fort. So, und wenn ich jetzt hergehe und sage, Mensch, was wäre denn jetzt, wenn ich vielleicht ein bisschen seltener sample als diese Maximalfrequenz, weil ich zum Beispiel ein bisschen Zeit sparen möchte oder eben ein bisschen Kapazität in meinem Rechner, was passiert denn eigentlich dann? Nun, dann passiert folgendes. Wir nehmen hier nochmal dieselbe Kurve und die grünen Punkte sind jetzt das, wo ich dann nachsample. Also zum Beispiel einfach jeden dritten grünen Punkt. Das heißt, ich sample sozusagen mit dem Faktor, ähm, drei weniger, als ich jetzt das hier drüben mache, bei dieser Kurve hier, bei den grauen Bobbels. So, und was ich dann bekomme, ist im Endeffekt Aliasing, wie wir hier wunderschön sehen können. Wenn ich jetzt nämlich hier eine Kurve durch diese grünen Punkte lege, dann sieht das so aus. Und das ist definitiv nicht mehr die Ausgangsfunktion. Das ist nämlich eine Kurve, deren, ähm, deren Frequenz niedriger ist, als das, was ich ursprünglich habe. Frequenz bedeutet ja im Endeffekt, wie viele Mal geht es hoch und runter pro Sekunde. Und in dem Fall sehen wir hier das Ausgangsbild, das geht relativ häufig hoch und runter, während das hier deutlich seltener ist. Und dementsprechend habe ich natürlich eine niedrigere Frequenz und eine niedrigere Frequenz ist einfach auch ein anderer Ton. Das bedeutet im Endeffekt, ich habe hier einen anderen Ton vorliegen, das heißt, ich habe aus Versehen durch dieses Aliasing meinen Ton zu tief gewählt, sozusagen. Und das ist ein bisschen ungünstig hier. Ähm, im Endeffekt habe ich quasi einfach den Ton, naja, tiefer gestaucht, aus Versehen. So, und jetzt die große Preisfrage. Wie mache ich jetzt hierauf Anti-Aliasing? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, dass das Ding hier, also diese Frequenz hier einfach zu hoch ist, um vom menschlichen Gehör gehört zu werden. So, das kann durchaus vorkommen. Wie gesagt, wir hören eigentlich nicht mehr als 20.000 Hertz, aber es kann ja mal vorkommen, dass wir Töne auch in unserer Aufnahme drin haben, die vielleicht 28.000 Hertz haben. So, und die kann ich ja nicht hören. Aber was ich definitiv nicht machen darf, ist aus einem Ton mit 28.000 Hertz einen Ton zu machen, der vielleicht 18.000 Hertz hat, in dem ich einfach falsch sample. Das darf ich nicht machen. Das wäre ziemlich fatal. Denn dann habe ich plötzlich einen Ton drin, so ein hohes Pfeifen sozusagen, obwohl man das eigentlich nicht mal hören sollte. Und das wäre dann ein sogenanntes Artefakt. So, und solche Artefakte sollte ich absolut vermeiden. Und deswegen gibt es eben Anti-Aliasing auch bei Ton im Endeffekt. So, und was ist jetzt hier bei Anti-Aliasing? Naja, wir wissen, okay, das könnte jetzt hier ein paar Probleme geben. Was mache ich also stattdessen? Nun ja, ich muss das hier machen. Ich muss eine Kurve bekommen, die quasi genau die Mitte trifft. Das heißt, ich mittle einfach meine ganzen Punkte. Und da gibt es mehrere Methoden dazu. Zum Beispiel ein Moving Average. Das werde ich jetzt hier nur ganz kurz mal anreisen. Ein Moving Average bedeutet, ich nehme einfach zum Beispiel meine letzten drei Punkte. Also der hier, der hier und der hier. Und dann berechne ich den Mittelwert durch diese drei Punkte. Und das heißt, das wäre ungefähr dann hier. Für den nächsten Punkt berechne ich den Punkt, den Punkt und den Punkt. Und berechne dann davon den Mittelwert, der wahrscheinlich ungefähr hier wäre. Und dann eben hier der Punkt, der Punkt, der Punkt, der Punkt. Mittelwert ist wahrscheinlich ungefähr eigentlich ein bisschen weiter hoch, aber so genau kann ich leider hier nicht zeichnen. Und dann eben der, der und der. Dann wäre der Mittelwert wahrscheinlich ungefähr hier. Dann die nächsten drei. Mittelwert berechnen die nächsten drei und so weiter und so fort. Das ist der Moving Average. Und das ist hier eine Möglichkeit des Anti-Aliasing. Ja, und das sei mal so als erste Methode für Anti-Aliasing dahingestellt. So, jetzt kommen wir natürlich noch zu den Bildern. Wie kann man dort Anti-Aliasing machen? Und das Ganze kennt ihr tatsächlich aus wahrscheinlich den einzelnen Computerspielen. Also jeder, der schon mal gezockt hat, hat wahrscheinlich schon mal was von Super Sampling gehört. Super Sampling ist im Endeffekt relativ simpel. Und zwar ganz kurz nur, wenn man jetzt sagen wir mal 1080p spielt. Also in Full HD spielt man irgendein Spiel. Und man möchte Anti-Aliasing haben, weil wie gesagt ohne Anti-Aliasing sieht das Ganze so aus. Mit Anti-Aliasing sieht es halt ein bisschen verschmiert aus. Dafür aber, naja, man sieht eben nicht diese ekelhaften Kanten. So. Und ja, jetzt kann ich natürlich einfach hergehen und kann sagen, okay, wir berechnen nicht ein Punkt pro Pixel, sondern wir berechnen einfach vier Punkte pro Pixel. Und das nennt sich dann aber uniformes Super Sampling. Das heißt, in dem Fall jetzt sogar berechne ich 16 Punkte für meinen Pixel. Das bedeutet, ich berechne oder im Endeffekt, ich berechne vier Punkte pro Pixel, aber ich nehme 16 Stück in Kauf. Das heißt, ich berechne den Durchschnitt durch diese ganzen 16 Punkte. Vier davon liegen genau auf meinem Pixel und die anderen sind eben umgebend. So. Und diese anderen zwölf umgebenden Punkte ziehe ich aber trotzdem noch in meine Berechnung eben mit ein. Und das wird eben für jeden Pixel gemacht. Also für diesen Pixel hier, das Ding hier, das Dunkelgraue, ist ein Pixel. Und um dem seinen Farbwert am Ende zu geben, also damit man den berechnen kann, muss ich die 16 Punkte, die ihm am nächsten sind, berechnen und dann den Mittelwert da drüber bilden. Und dann kommt hier eben nicht mehr eine harte Kante raus, sondern dadurch, dass ich eben auch noch von meinen umliegenden Pixeln die Farben leicht mit einbeziehe, kommt so ein kleiner Mischmasch bei raus, den wir hier unten sehen. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, hier sozusagen den Durchschnitt zu bilden und dann eben diese harte Kante, die aber teilweise eben leider so zackig ist, einfach nicht mehr zu sehen. Relativ angenehm. So. Dann gibt es aber natürlich auch noch ganz viele andere Supersampling-Varianten. Das hier ist jetzt ein Schachbrett und jeder dieser blauen Punkte ist wirklich ein Punkt, den ich berechnen muss. Also bedenkt bitte, wenn ihr hier zum Beispiel dieses uniformes Supersampling betreibt, dann habt ihr im Endeffekt für jeden Pixel müsst ihr viermal so viele Pixel berechnen, okay? Das heißt, ihr berechnet das Spiel im Endeffekt nicht mehr in 1080p, sondern effektiv in 4K, weil ihr eben das Vierfache berechnet und dann am Ende aber das Ganze wieder runterrechnet mit Downsampling, indem ihr einfach quasi den Durchschnitt nehmt. Mit Downsampling rechnet ihr das runter dann von 4K auf 1080p und das ist dann das, was ihr angezeigt bekommt. Ja, und dadurch, dass ihr den Durchschnitt gebildet habt, ist das natürlich deutlich angenehmer. Warum nur vierfach beim Uniformen Supersampling und nicht 16-fach? Naja, das hier ist also diese drei Punkte sind ja schon wieder für den nächsten Pixel hier irgendwie relevant. Das heißt, wir berechnen ja für die umliegenden Pixel diese Dinger hier nicht nochmal neu, sondern wir nehmen einfach nur den Durchschnitt dazu. Also das heißt, wir berechnen das Bild in 4K und berechnen dann für jeden Pixel sozusagen den Durchschnitt. Das sind eigentlich zwei Schritte, wenn man so möchte. Beim Schachbrett haben wir jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Da sehen wir, hier sind pro Pixel nicht nur vier Stück berechnet, sondern doppelte Menge eigentlich acht Stück. Also acht Mal so viele Pixel müssen berechnet werden, wie wenn wir einfach nur das Ganze ohne Anti-Aliasing machen. Und das ist schon viel Arbeit für den Rechner. Also im Endeffekt wirklich mehr Arbeit, um dieses Supersampling hinzubekommen. Ja, und dann natürlich noch so was wie Rotated Grid Supersampling und viele, viele, viele weitere Varianten, die ich jetzt euch hier ersparen möchte, weil wie gesagt, das hier ist eigentlich keine Vorlesung oder keinen Kurs über Bildverarbeitung, sondern wirklich nur über Methoden der Signalanalyse. Das heißt, in dem Moment muss ich hier sagen, okay, das ist das. Die anderen Techniken, warum ich jetzt hier zum Beispiel Uniform oder Schachbrett oder andere Varianten machen sollte, das ist dann wiederum ein anderer Kurs. Das machen wir vielleicht irgendwann anders. Okay, wenn ihr mal selber gucken wollt, das Ganze ist quasi auf Wikipedia verfügbar. Einfach mal da reingucken, dann seht ihr, was für Methoden es noch gibt. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Nächstes Mal schauen wir uns das Ganze mit dem Moving Average noch ein kleines bisschen mehr an und noch ein bisschen mehr detailliert an. Und ja, das war's erstmal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. 18